Ich will meinen eigenen Strand, kleines Haus, vielleicht noch eine Bar dran. Jazzbar. Und da spielt du am Tag, John Coltrane. Wer? John Coltrane? John. Kenn ich. Mit Chris habe ich dann das Geld für einen ganzen Monat an einem Wochenende verballert. Mit Chris wird es immer teuer. Mein Geschwister, die ja auch. Ja. Ich lebe schnell. Ja. Ja, also... Wenn Sie noch die Suite hätten? Gerne, die Dame. Also, die Präsidenten-Suite für drei Erwachsenen. Wir haben übrigens eine eigene Tiefgarage. Sie sind mit dem Wagen hier? Ja. Nein, das ist schon in Ordnung. Dann bitte hier noch den Namen, die Adresse und eine Unterschrift, bitte. Ich nehme den mit rauf und bringe ihn nachher runter. Geht das? Ausnahmsweise. Wir benötigen dann auch noch einen Pass. Ja. Das ist ein Auto. Ich bringe ihn später mit der Anmeldung. Gerne. Sie zahlen mir Karte? Nein, Bar. Wenn möglich. Ich kann nicht tanzen. Ist egal. Wer du lachst. Ich lache. Halt mich ein bisschen fest. Ich habe meine Mama angerufen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gleich wieder aufgelegt. Ich hätte so gern mit ihr gesprochen. Wo sind wir? Irgendwo. Ich habe auch nicht. Warum fahren wir nicht weiter?